24, 25, 26, 27... Ich hab kein Rasting-Out, no. I know. Oh, Rally-Raid. Oh, nee, das wird richtig rutschig, Alter. Das wird richtig rutschig. Okay, ähm... Wie ist jetzt mal ein BMW? Kann man das zählen? Einfach mal ein Ding, wie? Okay. Ja, Moment, ich muss erst mal... Ne, ich nehm das. Ich will kein BMW. Ich nehm den. Hier nehm ich. Ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Ich muss einfach den. Beim Pinguin, da vorne, ne? Moment, woher muss er starten? Ah, da seid ihr, ja. Hehehe. Guck mal, meine Windschelscheibe. Hä? Guck mal, was ist der? War ein Brust. Hä? Oh, nee. Alter, was sagst du, der finde ich gerade, der Karre, Alter. Und der Teer, oder? Er spielt oder gekauft? Äh, der ist aus, äh, 2. Ach so, halt, konntest du es rübernehmen. Auch nicht schlecht. Nice, ey. Ey, der blitzt und donnert. Weiter. Und Viper mit B-A-H am Händen. Viper mit Doppel-A und R. Viper. In diesem Rennen fahre ich nur Autos aus dem Q2. Ja, auch nicht schlecht. Ich hätte das auch mal spielen sollen. Position 10. Ja, toll. Das kannst du nicht. Ich werde auch gleich nach hinten noch durchgereicht. Keine Angst. Bad are you. Bats, da ist die erste Wand. Boah, drück mich doch nicht aus, du Arsch. No. Wurde richtig hart rausgedrückt. 26. Geil. Ging ganz schnell. Boah, scheiße, das ist der Robots schon, ne? Das ist auch eine geile Lackierung von den Ivans hier. Das ist ein K-Räder. Boah. Alter, was? Ich bin in die Wand gefahren und wurde sofort auf Not abgestoppt, Alter. Ja, ich war hinter dir aus dem Kasee. Ich auch. Loll. Hast du gleich einen Fehler gemacht, oder was? Zu schnell für die letzte. Boah. Oh, da bist du okay. Ja, also ich werde zu fangen, ist gar nicht so einfach. Das hätten sie, das müssen sie ja echt noch. Oh nein, scheiße, ich ver... Ja, Checkpoint verpasst, cool. Das müssen sie ja echt noch verbessern, ne? Das war halt, dass du dich besser wieder empfangen kannst. Ja, wie war ich nicht so viel, dass ich dich einfach für einen Fall ansammeln bin. Aber du Checkpoint vorbeifährst. Ja, oder das? Ja. Boah, Alter, der ist mit dem Rutsch bestellt. Aber ist egal, da muss ich mich fahren. Oh, da ist ein Timo. Ich will schon nötig von der Ausstellung, aber nicht fährt sich besser als die. Oh, sorry. Hast du hier gut? Ja. Ich hab jetzt die Huge fällt besser. Ne, schneller, aber besser. Boah, jump. ob das eine schönes weitergeflogen als ich war 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 erst mal fangen das auto schön mit dem raptor schön mit dem raptor und das war ein schöner trifft bis sich das sind verknüpft worte sonne irgendwer räumt hinter mir gerade alles ab was ich muss neben der strecke fahren hier warten schmue der muss eigentlich offroad ne na ja aber ich habe da nicht gerechnet weil der ist zu spät gesehen das ist nicht gut military base was das man so mega langsam ich fahre 142 und ihr so ja schön mit 142 was hätte man schätzt und wieder eines wasser ist so ne das nimmt wie so ein bisschen den speed raus da vorne hört es auf so erst mal gecatcht das heißt da bin ich falsch gefahren ne richtig der andere ist falsch gefahren da waren andere autos zustande da rum und ein paar platz die haben wir auf der strecke kann nicht sein egal ach moin auch so dreckig wir müssen rüber ich kriege gar nicht die speed drauf weil er hier ist es wie viel zu viel straße für aufraud als auto wechseln ich habe immer lambo wo zerkane an der seite steht ich bin der lambo hier oder was die gerammt Ja, schon. So groben, ey. Komm, fände ich wieder hin. Müsst dich! Ja, ja. Wenn du dich noch rum hast, dann kannst du wieder hin. Ja. Du wirst fahren, dann verlierst du echt viel. Dann müsstest du ein bisschen es rücksetzen, ja. Ja, das ist nicht so. Boah, der nächste ist voll weit weg. Da hast du einen Typen gekriegt, ja, das. Der zwischen uns beiden war. Ja, weil der hat ja voll weiter gelenkt. Aua! Deine Karre ist um einige schneller, glaube ich. Ja, gut. Äh. Entschuldige, alle. Wir haben ja recht entfernt. Sind wir in die Richtung? Das sind alle gut gewesen. Von der, der da hinten. Wer hat da Schwierigkeiten verpasst? Ich hab keine Ahnung, ne. Der ist mir eben schon ein Gehundpunkt. Auch noch 30 Sekunden. Der hat ja mal in der Form, ey. Boah, ich schaff' das endlich mal. Das war der tolle Idee, um zu preizen. Ja, ich glaube, der ist echt gut in den Kurven, ey. Das wusste ich jetzt auch nicht so. Ich glaube, den hab ich mal irgendwann gekauft, hab noch nie gefahren. Schade. Ach. Ja. Und noch mal im 19. Alter. 10. So. Können Sie mal auf who no? Ist denn der Typ ist viel so gut? Alter, wie scheiße die Felgen aussehen. Runbrace. Abschluss. Aber nur Leute, die so n Dings haben, ne? Nur Leute, die so n Titel haben. Ganz voll dabei. Hey, ich war doch eben schon auf Level 1. Ja, keine Ahnung. Mainstage EP Boost? Oh, weil ich das Auto mal auf der Mainstage eingeladen habe.